Wo geht's hier lang? Oh! Oh! Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch Elex! Das ist doch Elex! Guck mal! Ein Elexid-Ader? Ah... Jetzt weiß ich auch genau, was Björn meinte. Elex strahlt kälter aus. Elex gehört zum Eis. Und da, wo Elex mal aus Versehen ist, sind wahrscheinlich so abgebrochene kleine Stücke vom Meteor damals, die halt nicht an der Einschlug... Einschlug... Einschlagstelle sind, sondern... Die halt so verteilt über die Welt noch so ein paar kleinere Sachen sind. Und so entstehen dann diese Adern hier. Und dass das halt wirklich kälter ausstrahlt, dass dann hier drumherum Eis ist, obwohl wir hier im Süden sind. Warm und alles. Heftig. Geil! Geil, geil, geil! Oh! Gold-Ader, ich würd so gern, ich würd so gern. Oh! Okay. Oh, ich dachte schon... Gegen die lässt sich's halt gut kämpfen. Oh! Ja, wir haben ja gespeichert. Okay, das wird ganz sicher nix. Was macht er denn? Oh, ich würd so gern... Ja! Da lang können wir also nicht laufen. Das ist ein bisschen doof hier. Jetzt, warte mal. Hab ich vor dem... Vor dem... Nee, ne? Nee, der Beißer ist schon tot, der Kleiner. War es überhaupt ein Beißer? Ja, ey. War der Name so? Ach. So, und das ist halt super, ne? Wenn du halt mal so in so einer kleinen Schlucht bist, kannst du einfach rausfliegen, wenn du Bock hast. Und musst nicht extra noch drum herum laufen und so. Es ist schon... Also, das Welten-Design und das Jetpack sind super aufeinander abgestimmt und generell alles... Also, es ist... Also, was die Stimmigkeit angeht, ist das halt echt ganz große Klasse, finde ich bisher. Habe ich auch... Äh... Vor ein paar Folgen mittlerweile, müsste es ja schon wieder eine Weile her sein, ne? Ich weiß nicht mehr, war alles dieselbe Session. Habe ich ja auch schon bemerkt mit den ganzen Gesprächssachen und Quest-mäßig und so. Und, äh... Selbst wenn du mal irgendwelche folgenschweren Entscheidungen machst, ist es trotzdem so. Es ist geil und es ist nicht so, dass es dich abfuckt und so. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht das ist, was du eigentlich wolltest, so. Oh... Was ist das? Oh... Ich will auf dieses... Draufgeschissen. Ich will auf dieses Ding drauf. Hier laufen... Hier sind ja Leute. Hier ist ja... Hier ist ja belebt. Wusste ich gar nicht. Okay, dann will ich dann noch nicht... Okay, okay, okay. Dann gehe ich halt ordentlich vor. Dann gehe ich durch den Eingang rein. Oder ist das hier... Ja, das ist, glaube ich, ein Eingang, oder? So in der Art. Zumindest in die Richtung. Hallo? Hallo? Äh... Hallo? Hallo? Oder auch nicht? Leute, alles stehen und liegen lassen. Das ist ein Fall für mich. Jawohl. Jawohl. Ich habe es genau gesehen. Genau gesehen habe ich es. Scheiße. Scheiße. Ist da so ein kleiner... Ein kleiner... Ne. Na komm her. Ich hoffe doch nicht so komisch und her. Seitlich laufen die nicht ganz gemein. Lass das mal. Bin doch gar nicht so gut im Zielen. Hallo? Hallo? Alter? 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 Also... Mit Ruhm überschütte ich mich hier ganz sicher nicht. So. Da. Plattformen nämlich. Leute. Noch mal extra speichern sie. Auf geht's. Wir erklimmen jetzt diesen Masten. Aber mal sowas von. Wie geil ist das denn? Warte. Ich kann... Nein. Oh Gott. Nee, kann ich nicht so wirklich. Nee, ich glaube, das ist eher mit dem Jetpack zu regeln. Auch wenn ich mich theoretisch auf die ganzen kleinen Dinger auch stellen kann. So immer wieder regionalieren. Oh, was sind da... Ach, das da oben ist die Forschungsstation, ne? Wo das Startpunkt war. Wo ich abgestürzt bin. Warum hängt da eine Wurzel runter? Wo wächst... Wie zur Hölle ernährt sich diese... Oder ist das einfach nur totes Gehölz? Wie ist das hier hingekommen? Alter, das... Alter. Extra Boost. So. Das ist... Alter, ist das hart. Du hast halt... Das ist halt so mega das Gefühl von Freiheit. Und von Höhe hier. Und du könntest halt jeden Moment hier runterfallen, ne? Alter, das Gefühl ist übel. Ich fühle gut gerade. Das ist... Das ist ja mal der Hammer. Alter, und ich kann hier halt wirklich hochfliegen. Wie... Oh, wie geil ist das bitte? Oh, ist das genial. Oh, Mann. Und ja, ich weiß. Richtung Startgebiet mäßig, wo wir langgelaufen sind bei der einen Ruine, wäre auch noch ein Ding ins gewesen. Ein Mast. Auf dem man hätte... Oh, da. Erstmal speichern. Wir sind jetzt hier oben. Großer Elixitbeutel. Sehr geil. Gibt's hier noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwas auf den... Oh mein Gott, trau ich mich das? Geht das? Nee, okay. Das geht nicht so wirklich, oder? Es... Geht's theoretisch? Vielleicht doch. Bleib doch stehen. Nein. Ich stehe. Aber in solchen Momenten haben wir halt unsere Kapuze wahrlich verdient. Jetzt sind wir so richtig Assassine. Ich will wissen, ob da oben noch irgendwas ist. Tatsächlich. Tatsächlich. Oh, fuck. Wir haben gespeichert. Wir haben gespeichert. Alles gut. Alles gut. Oh, ist das cool. Hallo. Grüß, Heule. Wow. Mach mal das Zeit nochmal. Aber... Oh, ist das geil. Okay. Okay, vielleicht sollten wir erstmal uns regenerieren lassen. Wenn ich ganz genau gerade da lang laufe... Kann ich... Auch... Hier entlang... Ohne runterzufallen eigentlich. Warte, 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 warte. Stell dich hier hin, stell dich hier hin. Oh. 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 Na gut, dass das als Fläche zählt noch. Oh. Okay, vielleicht kann ich auch von Kreuz zu Kreuz. Kann man da sich vielleicht hinstellen, so halbwegs. Ach, du Scheiße. Boah, ist das gefährlich, Mann. Oder direkt hier rauf. Nein. Ach, fuck it. Ach, das will... Alter, das ist ja mal richtig heftig. Huch, was ist das? Die Alps sind Zarkor. Ah, okay. Äh, da, ne. Aber man kann theoretisch safe das auch so da langlaufen. Also man kann da theoretisch drauf langlaufen. Aber halt schwierig. Weil es halt so ein dünnes Ding ist. Wenn ich jetzt hier genau gerade... Ah, ich schweige jetzt nochmal so. Nee. Also hier kann ich stehen. Schaffe ich das mit einem Mal vielleicht bis dort oben direkt? Ja, so nicht. Aber hier kann ich stehen. Perfekt. Alter. Komm schon, komm schon. Da oben ist nochmal ein... Beutel. Nein. Nimm ihn doch. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Okay. Nein, 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 nein. Nochmal. Nachladen. Hallo. Nein. Ah, fuck. Warte mal. Wenn ich gerade schon dabei bin... Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Geiler Fall. Ich will jetzt dieses Ding, ne? Ganz ehrlich. Also komm. Komm. Ich will jetzt. Gib mir. Okay. Okay. Vielleicht sollte ich mich da erstmal hinstellen nochmal dann, ja? Wait. Leert haste Klettern. Okay. Kann ich hier stehen? Nein. Ich bin genau durchgefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Bleib doch stehen. Nein. Nein. Ah, diese Dinger sind assi. Diese. Ah, weil die halt aber, oh, es ist, es ist, das, das Miese ist, es ist auch noch realistisch, ne? Ah. Okay. Warum rutsche ich immer? Warum? Warum? Hey! Och, komm. Genau, auf die Brücke. Hi. Ach, fuck. Okay. Das, oh, aber das, 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 das triggert mich zu hart, Leute. Es, es muss sein. Es tut mir leid, es muss sein. Ich dachte schon, ich stehe drauf, aber nein. Okay, warte. Erst, erst mal Zwischenstopp hier. Auf dem Rohr. Äh, ist kein Rohr, aber ne. Oder? Ach, wisst ihr was? So, ich speichere jetzt Barriere und neuen Sachen, damit ich nicht immer wieder von vorne... Das ist noch mal ein bisschen Elex da drüben. Hä. Oh, Mann. Ah, ist so gemein. Wie lange sitze ich hier jetzt schon dran? Scheiße, nicht, dass ich hier... Oh, fuck, ey. Aber ich will das jetzt kriegen. Ich will das jetzt kriegen, Mann. Das ist so geil. Dass es das überhaupt gibt. Komm schon, ich werde mich doch wohl hier irgendwie hinstellen können. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, das Movement in der Luft ist aber auch... Holy shit, Mann, ey. Da, da... Ah. Gah. Und jedes Mal, wenn ich neu lade, ist mein Jetpack irgendwie mehr alle. Why? Ich werde mich doch auf irgendwas da hinstellen können. Warum? Nicht durchfallen. Stehen bleiben. Ach, fall doch nicht durch jeden Scheiß durch. Mann. Kann das so sein, dass die Stange hier so... Halbtexturig ist, oder? Ach, ich mach mal ein Nickerchen da unten, ne? Komm schon. Komm schon. Das muss doch machbar sein. Also, es ist definitiv machbar, aber... Wie, ne? Wieso? 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 Wieso ist da denn... Fick dich! Warum knall ich da gegen die Decke? Warum? Warum? Kann ich mich einfach auf den letzten Steg oben stellen? Boah, mach mir keine Angst, denn. Hier so? Nein, ich... Das kann nicht wahr sein. Ich bin so nah dran. Das... Ne, ich kann... Es tut mir leid, Leute. Ich kann mir das nicht entgehen lassen. Ich kann es mir einfach nicht entgehen lassen. Komm schon. Das ist... Komm schon, jetzt... Ach, komm, fick dich doch. Fick dich doch ein. Ach, komm. Ach, komm. Ach, Mensch, das ist doch... Hängen bleiben oben gegen, das geht immer. Aber drauf stehen bleiben nicht. Da rutsche ich dann natürlich runter. Alter. Okay. Warum? Genau, so. Speichern. Wir sind einen Schritt weiter. Jetzt lass mich doch mal hier stehen und rutsch nicht so doof darunter. Und vor allem nicht ständig so dran vorbei. Warum denn immer so seitlich? Ich drück doch nur nach oben. Also unten ein bisschen lenkt. Aber warum lenkt das dann dann direkt immer so extrem? Genauso, wie ich es nicht will. Kann ich einfach das Ding mit dem Bogen abschießen und runterholen und dann unten aufsammeln? Das wäre geil. Komm schon, lass mich doch einfach dort oben stehen. Please. Nein. Nein. Ach, fuck. Komm schon. Ey, das Ding macht mich fertig, ne? Das Ding macht mich fertig. Oh. Ich, ne, komm. Also, ich geb jetzt nicht auf. Nein. Lande doch nicht daneben. Lande doch mal. Oh. Heilige Mutter Maria. Ja. Finally. So, da oben ist bestimmt auch noch was. Ich beschäftige mich jetzt bestimmt schon eine Folge mit den Masten hier oder so. So. Nein. Fall doch nicht dran vorbei. Warum fällst du denn dran? Warum landest du denn nicht einfach auf dem, auf der Plattform? Warum denn? Warum denn? Lande doch einfach auf der verfickten Plattform und gut ist. Warum rutschst du denn da einfach so runter? So, jetzt bleib einfach stehen. Danke. So. Ob da oben noch was ist? Lass es uns testen. Texturen sind nicht vollständig, oder? Die sind oben rum nicht gemacht? Die sind nur so halb rund oder so. Jawohl. Da soll man nämlich auch hin. Noch ein Beutel. Da oben, da oben ist das Safe auch noch was, oder? Jawohl. Wo ist das doch? Ja. Ja. Ich kann hier stehen bleiben. Hey, der Witzker. Okay, 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 okay. Jetpack vollladen. Komm schon. Kann ich da in der Mitte durchfangen? Okay. Okay. Nochmal. Das kann man schon, aber, aber, es ist geil. Es ist, es ist einfach geil, ja? In welchem Spiel kletterst du in dem Stil auf irgendwelchen Masten rum? Auf welch, äh, äh, Poster, also, okay, vielleicht, vielleicht gibt's das ja, aber ich kenn's nicht. Oh, wir stehen, 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 wir stehen. also oh also da so zum Beispiel ja hier so ist zum Beispiel nix okay, ist ja okay, wir haben ja jetzt auch schon einiges davon wo sie an eine Stelle, wo ich nicht abrutsche so möchte ich das sehen aber nicht so, fallen möchte ich nicht, aber naja gut, wir sind ja jetzt auch eigentlich sind wir jetzt hier auch trafisch boah, ich dachte gerade, was denn jetzt schon wird da ach kratsch, warte ne Felsassel okay okay warte, ich muss jetzt mal kurz wieder überlegen, wenn jede Folge zwischen 25 und 30 ist ja, ich habe mir nicht überlegt wann genau ich wie was kappen will während der Aufnahme logischerweise ach, ich weiß nicht, muss ich mal gucken dass das alles zu passenden folgen wird ganz im Zweifel muss ich halt äh zwei Sessions zusammenschneiden okay aber jetzt grundsätzlich sind wir mit dem Ding erstmal fertig vielen, vielen Dank holy fuck das war ja mal jetzt ein Erlebnis ey ha was was eine Odyssee alter das Jetpack ist fucking was ne so guten Tag ich bin hier um äh ja warum eigentlich wie gibt es denn hier so wo, wie komme ich eigentlich also ich glaube ich muss einfach hier so lang ne hier auf dem Wege ja, ich denke schon davon ist es ein paar Leute guck mal uns die doch mal an wer seid ihr was habt ihr zu sagen was für Pflanzen habt ihr ha ne da sind einige Leute ach ne Berserker, Berserker, Berserker ist das so? ne jetzt nicht okay also ihr habt mir nichts zu sagen du redest einfach zu viel ha okay also ist hier ein kleiner Außenposten oder wie ist das? ja keine Ahnung ah mir läuft die Nase ah je je so aber hier kann ich mitnehmen ne stört keinen nehm ich mit passt ähm ich kann dich sehen ja hi lalalalalala hast du bestimmt irgendwas zu sagen oder? du siehst wichtig aus hey du hör mal was willst du ich suche einen Kerl der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist sein Name ist Ray schmieriger Typ er trägt meistens Outlaw Klamotten genau wie ich kennst du ihn? Ray Outlaw hmmm ray nie gehört na gut dann schönen Tag noch äh aber was willst du von diesem Ray Geschäfte nichts was dich etwas angeht oh doch könnte sein dass wir denselben Kerl suchen hm würde mich nicht wundern haha Mason okay solange der den nicht killen will den Ray okay auf töten bin ich erstmal nicht so aus aber solange der tatsächliche Geschäfte meint ist er mir erstmal sympathisch sieht sieht das ist nice das ist cool das ist cool